ARD Text im Auftrag von Funk Was stimmt für dich, ja? Ist auch viel einfacher, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Ich mein, ne Beziehung oder heiraten oder so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Oder dass du dich drum kümmern musst. Brauchst du auch den Ausgang der Schwangerschaft nicht abwarten. Ich mein, Befruchtung, das wäre dann auch schon alles. Ich? Du willst mich? Doch, doch. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, mich zu danken. Ja, warum gerade ich? Ich meine, wie oft sind wir uns begegnet? Ja, aber das ist doch der springende Punkt. Und Ulrike hat halt gesagt, dass du vielleicht... Wer bitte? Ulrike. Sag mal, ist das hier eine Art Casting oder was? Ich mag dich. Und ähm... Ich bin auch bereit, dir was dafür zu zahlen. Wie viel? Wir werden uns bestimmt einigen. Wir werden uns bestimmt einigen. Ja, das ist gut. Told ihr wie es. Wir werden uns bestimmt einigen. Wir werden uns bestimmt einigen. Wir werden uns bestimmt einigen. Wolltysitzel, uns der Schmerz, ja? Wolltysitzel, uns der Schmerz, ja?